willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und zwar minecraft skywars hier auf dem infinity server mit 1er spielern oh lol diapus lava hier werde das auch mal erledigt und kommen wir zum um und 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 als ob ja xd der keine Ahnung was mit dem ist aber ja da bringt mich heute mal zum Lachen also wenn du das hörst ähm ja ich nehme auf also wenn du das hier hörst an meinem Video grüße an dich will die andere die ganze Zeit also ich habe eigentlich wenig Hoffnung denn erstens habe ich schon ein halbes Herz verloren kein Essen und der hat mehr zack 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 jetzt hat er noch TNT was aber es ist noch hey muss er Ich glaube, ich kappe das. Oh, ich weiß nicht. Okay. 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 Okay, außer ein Helm, aber das macht, glaube ich, nicht so viel aus. Fight. 3, 2, 1, go. Alter, echt, mein Fan, ich hab das sowieso nie getroffen. Nee. Als würde man im Video sehen. Ja, weißt du. Ja, wahrscheinlich macht ihr jetzt die üblis-krasse Längs, also. Genau, als ob du Haze bist. Genau. Als ob das jetzt Haze ist. Nee, nee, das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, ich glaube, das Haze ist irgendwie mitten im Video-Sanne. Das heißt aber nicht, dass du Haze bist. Jeder Spieler kann Haze haben. Das muss nicht Haze heißen. Der lag mir. Ähm. Das heißt, das muss ich halt... Steht er grad in der Luft? Hä? 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 Was ist das denn bitte für eine Runde? Erstmal Fan, da sagt er... Haze? Hä? Was? Ähm. Hä? Hä? Egal, wir sind in so einem kleinen Kart in der dritten letzten Runde. Bis gleich. Und das sind wir auch in der letzten Runde, und zwar auf diesem Haze. Ich bin wieder... Ich bin mit... Ich hab ganz ähnlich erwähnt, dass ich mit dem... Äh... Kip-Bump-People... Ja... Ja, ihr wisst ja, was das heißt. Das heißt, pro Kill volle, ähm... Gesunde zurück. Plus dann noch, ähm, ein Herz dazu. Und ich hab, ähm... Der eine, der mit mir Screen gemacht hat, in der Aufnahme. Also, eh noch in der Runde. Der hat dann gesagt, er sei Haze, ne? Er hat ja diesen... Nicht wirklich krassen, weil das ist ja nicht wirklich so krasser, äh, Brückenhäck gemacht. Und... Er ist ja dann gelieft. Dann hab ich mir... Er musste gebannt werden, denn anders würde ich mir das jetzt nicht erklären. Wieso er plötzlich lief, weil ich glaube, dass er auch so liefen würde. So, zack. Oder... Lol, das ist auch eine Kiste. Mit Eisenschwert, das ist echt cool. Rufsack. Aha, erst mal nicht. Okay. Haha, das ist, äh... Okay, das war's mit dem Ersten. Ich hoffe, jetzt kommt keiner, weil ich muss erst mal Wacken. So, okay. Und mein erster Kill... Jetzt wird er, glaube ich, bezaubert. Weg hier! Oh nein, es ist nixer down. Er schreibt Hacker. Was ist mit der Runde heute los? Okay, wo sind die nächsten? Infinity Graf, Pippo Kipp, Burger... und... Oh nein, es ist ein Mops. Ich muss den Wacken zeigen. Da schreibt einfach jemand, ich hacke. Boah. Was ist heute eigentlich los? Erste Runde verkackt. Zweite Runde irgendein, äh, anscheinend Haze. Und dritte Runde schreibt jemand, ich hacke anscheinend. Warte, ich hab jetzt gehofft, ich hab... Anscheinend soll dieser Led, dieser hier hacken. Oder ein anderer, weil ich weiß nicht, wer das ist. Ähm, anscheinend soll der PvP Burger... Das ist, also ist es nicht er. Ah, schade, er kennt den Trick, er kennt den. Ah! Uh! Nein! Ja! Als... Oh! Der wollte doch Haft machen, ich hab's geschafft. GG. Ähm, so groß ist jetzt der anscheinige Hacker namens Pippo-Pick-Droger. Okay. Diese, diese Teppiche sind so nervig. Ich muss die ganze Zeit einfach abbauen, so dass ich nichts platzieren kann. Er hat einfach Eier, gut. GG. Er hat einfach Eier von der Mitte. Ja, genau. Wahrscheinlich hat, ähm, hat er überhaupt nicht gehackt, ähm. Sondern, ich sag gar nicht, Rutsch. Da ist er noch drin. Ähm. Wahrscheinlich hat er da noch nicht gehackt. Ja, aber wahrscheinlich... Der Typ hat wahrscheinlich aber nur Eier ins Gesicht bekommen, hat geschrieben, Hacker. Egal. Aber ich würde ja sagen, wenn ich dieser Video, ähm, genau diese... Diese Folge Minecraft Sky was gefallen hat, dann würde mich einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo, wenn ihr neu an meinem Kanal sagt, ob ihr mehr von mir wollt. Und dann würde ich sagen, schaut doch bei den anderen Videos vorbei. Und... 保fde. Und dann... Ich hoffe, dass es gedreht, auch schon wieder in der Schule hat. Und dann das noch so vor, wenn ich THIS video habe. Und dann auch mal rein. Und dann ist das ein Ding. Und dann bist du da für eine Daumen nach oben. Und dann bitte ein Ding. Und dann bist du da eine Daumen nach! Vielen Dank.